Herzlich Willkommen meine Lieben, heute ist es soweit. Ich bekomme mein neues OnePlus. Aber bevor ich da rein schaue, möchte ich über dieses Baby sprechen. Mein OnePlus One. Ich gebe zu, akkutechnisch habe ich Glück, weil ich habe den E-Rolli. Der E-Rolli hat einen USB-Stecker und mit dem USB-Stecker kann ich mein Handy anstecken und habe sozusagen die Mega-Powerbank immer dabei. Es ist jetzt 3 Jahre und 7 Monate alt. Ich bin begeistert. Einziger Kritikpunkt, wenn ich einen habe, ist das Display. Wenn das einmal einen winzigen Sprung hat, dann ist es sofort im Arsch. Also das ist ein riesiger Minuspunkt in meinen Augen, dass das Display beim kleinsten Knacks schon nicht mehr so gebrochen ist. Wenn es für den Akku nicht wäre und die Specs von dem neuen mit so viel versprecht wären, würde ich eh noch nicht wechseln. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht zum Fünfer gegriffen habe, weil ich eben durch den Rolli mit der Powerbank durchaus den Tag durchkomme. Soviel zum OnePlus One. Und jetzt schauen wir mal rein. Und hier ist es schon. Zettelchen. Packaging List. So. Hier. Ich nehme nicht an, dass das das OnePlus One ist. Das war ein bisschen dünn. Schauen wir mal rein. Ah. Panzerglas. Geil aus. Und Leute, das ist echt... Boah. Wenn das noch oben drauf kommt, das ist wirklich sehr, sehr dick. Das ist echt ein richtig geiles Teil. So. Hier ist die Gebrauchsarbeitung, wie man dieses Glas anbringt. Ich werde darüber vielleicht noch ein eigenes Video machen. Und wichtig. Es gibt ein eigenes Brillenputztuch, sage ich jetzt einmal. Ein kleines Zuschauen zum Reinigen des Glases. Sehr nice. Also hier haben wir das Glas. Das werde ich mir mal extra anschauen. Rot. Die Farbe der Liebe. Oder das OnePlus. Hier sind wir eingeschweißt. Wie sie sich klärt. Schauen wir mal, ob wir da rein kommen. Yes. Oh ja. Wir schütteln's vorsichtig raus. Wow. Das ist pure Schönheit. Mit einem hübschen Pännchen zum rausziehen. Das ist da echt super eingeklemmt. Oh mein Gott. Das Ding ist schwer, Leute. Wow. Das ist sicher der Glas. Also das Glas-Cover. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ist ja Midnight Black. Shit, das Ding ist echt, echt heavy. Begleichen wir einmal. Na obwohl. Ich glaube, es ist gar nicht viel schwerer, aber es fühlt sich, dadurch, dass das nicht Sandstone ist, das wirkt massiv. Es hat echt wow. Ich bin begeistert. Schauen wir mal, was da noch drinnen ist. Oh ja. Ah. Oh. Uh. Da ist ein Cover drin. Eine Gummihülle für das Handy. Oh yeah. Babygirl. That's cool. Okay. Das ist geil. Das heißt, ich habe jetzt ein Gummiding hinten. Und vorne kommt noch das Panzerglas drauf. Und dann bin ich, glaube ich, für ein Judgment Day ready. Hier ist der SIM-Karten-Clip. Und ich nehme an... Oh yeah. Hier gibt es auch noch eine Bibel. Da ist auch noch irgendwas drin. Ein... Uh. Now we are talking. Sticker. Ah ja, genau. Da war immer was. Da haben wir noch. Natürlich. Ein Klassiker. Das rote Kabel ist jetzt rund. Die Kabeln sind sonst immer so mühsam. Und das ist das coole Klammer. So dass man es dann für die Reise geschickt einpacken kann. Und das Magic-Teil. Dash Charger. Okay. Hier ist es nun. Mein neues OnePlus 6. Das erste Telefon mit Fingerprint-Erkennung. Wobei ich glaube, ich hätte da ein Problem gehabt. Obwohl, naja. Mit den kleinen Händen sind die Dinger ja immer schwierig. Aber es könnte sich ausgehen. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Reinschauen. Und wir sehen uns. Mit dem Ding. Bald wieder. Ciao.